... den Nailer. Was sie mit ihren Nasen leisten können, bringt uns zum Staunen. Max, ein Golden Retriever, soll unter Trümmern einen Verschütteten finden. Training für den Ernstfall. Neun Jahre lang arbeiten Max und Walter Huber schon zusammen. Ein eingespieltes Team. Max zeigt an, muss also so lange bellen, bis auch sein Herrchen vor Ort ist. Ja, hallo, ja, hast du was gefunden? Ja, super. Und Sabrina, alles klar? Alles prima. Ein- bis zweimal im Monat ist Ernstfall. Das Größte ist halt, die vermisste Person, die man sucht, zu finden. Wenn sie dann der eigene Hund noch findet, das ist natürlich das Allergrößte. Das Highlight von jedem Hund, mit dem Sonnenführer. Es gibt Motivation natürlich für die nächsten Monate. Man muss einfach rechnen, auf 100 Einsätze hätte man vielleicht einmal, dass man findet. Aber die Motivation durch einen Hund ist schon sehr hoch. Die treibt einen schon voran. Die Rettungshundestaffel Bühl ist die älteste Hundestaffel des Roten Kreuzes in Deutschland. 16 aktive und ganz unterschiedliche Hunderassen. Zweimal in der Woche treffen sie sich in einem ehemaligen Militär-Munitionslager. Sie arbeiten alle ehrenamtlich. Sie wollen helfen, zusammen mit dem besten Kameraden, den sie haben, ihrem Hund. Sabrina spielt heute das Opfer, mit Isomatte, falls sie sehr lange auf ihren Retter warten muss. Mit Babypuder wird der Wind geprüft, der dem Hund den Geruch der versteckten Person zutragen soll. Okay, also Wind kommt jetzt leicht von rechts, rechts vorne. Ich werde ihn jetzt zum ersten Mal hier vorschicken, damit ich die rechte Ecke abgesucht habe, dass er das abdeckt und dann hier links runter die grüne Linie. Im Ernstfall müssen die Hunde meist nach verwirrten oder lebensmüden Personen suchen. Manchmal auch nach Opfern von Gewalttaten. Emil ist schnell ganz nah am Opfer. Fast zu nah. Gut, wichtig ist halt, dass der Hund bei der Anzeige die Person nicht bedrängt. Weil da liegen ja nicht immer Personen von uns, die sich mit Hunden auskennen, sondern die Leute, die mir suchen, die haben Angst. Es ist Nacht, sind ältere Menschen, je nachdem. Und da kann man nicht davon ausgehen, dass die alle Hunde mögen. Die haben einfach Angst, wenn so ein großes Tier kommt. Und da muss der Hund sich so gesittet wie möglich verhalten. Das heißt, er sitzt oder er liegt und bedrängt die Person nicht. Weil die wäre ja erzogen mit Futter oder mit Spiel, da kommt schon erstmal so ein bisschen ein Stupfer oder sowas. Und das muss man halt im Laufe der Zeit abgewöhnen. Adrenalin, Schweiß und Waschmittel. Danach wittern die Hunde. Diese Gerüche haben alle Menschen an sich. Es gibt aber auch den Individualgeruch. Geh weiter. Die bestimmten Menschen, wer von Mantrailer gesucht, das ist der Individualgeruch eines jeden Menschen. Und das wird also aufgenommen durch getragene Kleidung von dem Opfer. Aber das muss also sehr reiner Duft sein. Unsere Hundesuche allgemein Mensch. Ja, aber es ist ja so, dass im Suchgebiet nachts um zwölf nicht unbedingt tausend Spaziergänger oder Pilzesammler unterwegs sind. Wobei wir es auch schon gehabt haben, dass mein Hund hat angezeigt vor dem Wanderer, der hat gerade gefestet und der denkt, zeig dir mal an. Hat alles richtig gemacht, hat auch seine Belohnung bekommen. Und dann ist für ihn klar, okay, die Suche ist beendet, jetzt arbeiten wir weiter. Jeder Hund sucht anders. Der eine hastig, der andere bedächtig. Wichtig ist, dass sein Hundeführer versteht, was er ihm mitteilen will. Ein anderer Trainingsort und ein ganz anderer Typ Hund. Hausdurchsuchung in Lörrach. Wotan ist kaum zu halten. Der junge Schäferhund hat gerade erst seine Prüfung als Zollhund bestanden. Sein Haupteinsatzort, die Grenze zur Schweiz. Er ist einer von nur zwei Spürrunden in Baden-Württemberg, die Bargeld erschnüffeln können. Geld stinkt nicht, heißt es. Aber Wotan kann es riechen. Die Belohnung, sein geliebtes Spielzeug. Den vorigen Hund hatte ich von 2003 an. Und er hat ungefähr so eine halbe Million insgesamt gefunden. Auf zehn oder zwölf erfolgreiche Einsätze verteilt. Der größte Hund waren 170.000 bei einer Hausdessour. Das war eine Sekte, die haben Betrügereien gemacht, mit Waffen gedealt, mit Rauschgift rum. Also es war schon schön. Da ist man auch stolz. Ja, natürlich, wenn der Hund was findet. Darauf arbeitet man ja. Geeignete Zollhunde zu finden, ist schwierig. Sie müssen schon als Welpen einen übertriebenen Spieltrieb haben, regelrecht verrückt nach ihrem Spielzeug sein. Das riecht dann, je nach Ausbildung, nach Drogen, Sprengstoff, Waffen, Geld oder Tabak. Wotan hat gelernt, außer Geld auch Tabakgeruch aus einer Menge anderer Duftstoffe herauszufiltern. Tabak ist nach wie vor die häufigste Schmuggelware in Deutschland. Hey, was ist das? Was ist beim Training anders als im richtigen Einsatz? Es ist dahingehend anders, dass in der Realität ich eben jetzt keine Zigarettenstange von dem, was ich auch finde, zuspielen kann. Also als Bestätigung, weil das brauchen wir ja als Beweismittel. Das darf er ja nicht kaputt machen. Jetzt im Training bekommt er für seine Arbeit, dafür, dass er schön gekratzt hat, bekommt er eine Stange als Belohnung. Die darf er dann zerfetzen. Und die schmeißen wir dann weg, wenn es fertig ist. Und dann geht es in Neuem los. Auf die Nase des Hundes vertrauen wir auch bei der Minensuche in ehemaligen Kriegsgebieten. Die Hunde riechen den Sprengstoff, bevor sie drauftreten und retten dadurch Menschenleben. Auch Neila ist ein Nasenspezialist, ein ganz seltener. Hier tobt sie noch ausgelassen mit den Kindern ihrer Besitzerin. Border Collies sind keine Sofa-Hunde. Sie lieben Hundesport, müssen viel beschäftigt werden. Komm. Wenn Frauchen Petra Acker zur Arbeit ruft, ist die Hündin sofort zur Stelle. Neila muss zu einem Einsatz, als Schimmelspürhund. Petra Acker und ihr Mann zu Besuch bei einer Kundin. Sie ist frisch eingezogen und will sicherheitshalber ihre Wohnung nach Schimmel absuchen lassen. Sie haben jetzt keinen Verdacht oder gesundheitliche Probleme? Nicht wirklich. Aber genau das möchte ich Ihnen vorwarten, bevor irgendwas kommt, dass ich wirklich sagen kann. Das ist wirklich alles sauber. Mein Mann wird verschiedene Messungen machen, also Feuchtigkeit und Raumluftmessung eventuell. Ich gucke mir die Räumlichkeiten an, ob der Hund überall hin kann. V.a. an die Außenwände müssen wir ja mit dem Hund. Und dass halt auch nichts kaputt gehen kann oder so. Dann kommt Neilas Einsatz. Komm, 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 komm. Kann sich Petra Acker auf Neilas Nase verlassen? Ja, definitiv, ja. Wir arbeiten jetzt drei Jahre zusammen, also nach der Ausbildung. Und ich merke bei jedem Kunden, wenn man nachher ein Ergebnis hat oder auch ein Laborergebnis dazu, dass es wieder übereinstimmt mit dem, was der Hund angezeigt hat. Deswegen, da kann ich mich absolut drauf verlassen. Die Kunden sind immer begeistert, also wir bringen ja schlechte Nachrichten. Und trotzdem sind die Kunden begeistert, dann das zu sehen, wie der Hund arbeitet. Und dann das Gesamtpaket, was dann mit der Beratung nachher noch kommt, dass wir den Kunden sehr zufrieden, obwohl es eigentlich meistens bedeutet, dass man irgendwas aufreißen oder sanieren muss. Warum Neila bellt und kratzt, kann der Laie nicht beurteilen. Manchmal zeigt sie nur alten Staub an, der Schimmelsporen enthält. Allein Petra Acker kann das Verhalten ihres Hundes deuten. Ja, ich habe den Hund ausgebildet. Ich finde es ganz wichtig, dass der Hundeführer, der den später führt, dass der den auch ausbildet. Weil man jede Regung von dem Hund sieht während der Ausbildung. Wie zeigt er an, möchte er, dass ich nur den Schrank aufmache, wenn er jetzt an dem Schrank kratzt. Das kann auch mal vorkommen. Und dazu finde ich das einfach wichtig, dass man den Hund wirklich von klein auf hat. Frauchen hat Neila richtig verstanden. In dieser Ecke macht sich tatsächlich Schimmel hinter der Tapete breit. Der Stuckateurmeister und Schimmelfachmann beurteilt, wie schlimm der Fund ist. Von der Menge ist es jetzt so, dass die Menge Schimmel, die sich hier haben, in einem Bereich fällt, wo sie selbst sanieren können. Sie brauchen also keine speziellen Fachleute dazu. Sie können als Soforthilfemaßnahme für heute Haarspray aufbringen. Haarspray verklebt die Spore und der Sporeflug ist gehemmt. Und dann können sie die Tapete abschneiden in dem Bereich. Darunter kann man dann mit Spiritus die Fläche reinigen. Und dann kann man das anschließend wieder tapezieren. Mehr nicht. Mehr müssen sie nicht machen. Klasse. Zurück zu Max beim Rettungshundetraining. Noch wissen wir nicht, ob wir während der Dreharbeiten auch einen aktuellen Einsatz filmen können. Rettungshunde dürfen keine Angsthasen sein. Die Einsätze sind meist nachts, weil erst dann die Personen zu Hause vermisst werden. Dunkelheit und unbekanntes Gelände. Jede Menge Verletzungsgefahr. Wir haben schon einen Hund gehabt, der ist von drei Meter Höhe in den Amir-Eisen gesprungen. Oder eben Schnittverletzungen. Einen Beinbruch haben wir schon gehabt. Vorsicht, Loch. Aber wenn man drüber Arbeit macht, dann weiß man, dass das passieren kann. Hat man dann Angst? Das darf man nicht haben, weil ich muss dem Hund die Sicherheit geben, dass das funktioniert, wenn ich ihn hier reinschicke oder auf eine Mauer oder in ein Loch. Und wenn ich da Angst habe, dann spüre ich das. Dann geht er gar nicht oder er ist unsicher. Und das wäre die schlechteste aller Varianten. Die eigene Nervosität unter Kontrolle zu halten, gar nicht so einfach, vor allem bei der nächsten Mutprobe. Abseilen über einem Trümmergelände heißt die Übung. Max ist als erster dran. So ist es normalerweise. So ist er hängen. Dass wenn ich dann sitze, dass er vor mir ist. Es ist immer, bis das funktioniert, dass die richtig vor einem hängen. Wenn die Sinder nervös werden, dann kann ich ihn beruhigen. Sobald ich dann mit der Hand unter die Füße komme, dann hat er was unter den Füßen, dann ist er ruhig. Und wenn die Füße halt frei hängen und die sind es nicht gewohnt, dann fangen wir an, sich zu bewegen. Das ist dann nicht so gut. Aber er ist schon ein paar Mal gemacht, das ist kein Thema. So, Max, jetzt gucken wir mal. Na, wenn das kein Thema ist, aus 30 Metern abseilen mit großem Hund. Und weiter. Nein, nicht die Tür. Und weiter, komm, hopp. Jawohl. So, super. So macht es fein. Komm, geh. Ja, super. Super, Hund. Komm her, komm, komm. Ja. Kannst du mal ein bisschen nachziehen? Ja. Jede Menge Leinen, Haken und Ösen. Alles muss passen. Die Höhenretter der Feuerwehr Baden-Baden sind für die Sicherheit verantwortlich. Bei Walter Huber macht sich jetzt doch eine gewisse Anspannung breit. Wird Max zappeln oder cool bleiben? Gut. Doch zuerst einmal Szenenwechsel in den Hochschwarzwald. Wir begleiten Familie Acker und ihre Schimmelspürhündin auf dem Weg nach Löffingern zu Hundecoach Uwe Friedrich. Petra Acker erhofft sich wertvolle Tipps vom Hundetrainer, denn mit dabei ist sie erst fünf Monate alte Ada. Sie soll getestet werden. Bringt sie genügend Talent zum Schimmelspürhund mit? Ich möchte deinen Hund nachher einfach testen in sämtlichen Bereichen, die eigentlich dann für die Stöberhund-Ausbildung entscheidend sind. Und da ist sicherlich Spielverhalten ein Thema, aber es kommt halt immer auf den Typ Hund drauf an. Ada, das ist schnell klar, steht auf Futter als Belohnung. So Petra, guck mal, genau das möchte ich von dem Hund, dass er dann im Endeffekt sich für seine Belohnung anstrengt, dass er da dran bleibt, dass er sich wirklich bemüht drum, um an den Inhalt ranzukommen. Da mache ich ihm hier schon dieses Bestätigungsmittel richtig attraktiv, dass er sich anstrengend dafür, weil genau das will ich später auch mal, dass er das dann tut, wenn er an seine Bestätigung ran will. Weil nichts anderes ist die Verknüpfung letztendlich mal, dass der Schimmelgeruch für ihn die Aussicht ist, um an seine Belohnung ranzukommen. Und da muss er sich ja dann auch anstrengen in der Situation. Ich habe jetzt den Schimmel geholt. Da ist jetzt ein bisschen Schimmel auf einem Zellstoff drin. Man sieht, es ist gar nicht so viel. Wir trainieren ja eigentlich mit Kleinstmengen, damit der Hund lernt, der wenige Schimmel zu finden. Und speziell ein Tuch für den Hund, dass er weiß, jetzt geht's los. Zweiter Test mit Futter und Schimmel. Wird sich Ada eifrig genug auf die Suche begeben? Ada, schnüffeln. Lass sie arbeiten mal. Ja, genau, das will ich, genau da muss es doch sein. Ja, guck mal, super, super, guter Hund, gutes Mädchen. Schimmelpilze sind gefährlich. Ihre herumfliegenden Sporen können Krankheiten auslösen. Sind dann nicht auch die Hunde gefährdet? Die Frage kommt ständig, ob das dem Hund schadet. Und ob der Hund den Schimmel zu essen kriegt, ist immer schon gefragt worden. Wobei, mein Mann sagt dann immer, ein Sprengstoffhund ist ja auch nicht ein Sprengstoff. Und der Drogenhund ist nicht drogensüchtig. Ich verpackte es immer so, dass der Hund keine direkte Berührung hat. Weil es macht ja keinen Sinn, dass ich einen Hund ausbilde. Und nachher hat er dann gesundheitliche Probleme. Außerdem ist es auch ein Familienmitglied. Und den würde man nicht gefährdet dadurch. Der Schnüffel. Hunde leben in einer Geruchswelt, finden sich allein mit ihrer Nase zurecht. Sie können eine Million Mal besser riechen als der Mensch. Die ungewöhnlich große Nasenschleimhaut hat ca. 200 Millionen Riechzellen, die jeweils auf ein einziges Duftmolekül spezialisiert sind. So kann der Hund einzelne Duftstoffe aus der Masse heraus analysieren. Hunde haben außerdem eine spezielle Schnüffeltechnik, sie können in einer Minute bis zu 300 Mal einatmen. Trotzdem klingt es wie Hokus-Pokus, wenn Uwe Friedrich behauptet, dass Schäferhündin Bonny Lungenkrebs riechen kann. Doch genau das hat er in einer Pilotstudie zusammen mit Fachärzten der Klinik Schillerhöhe in Stuttgart bewiesen. In diesen Röhrchen wird Atemluft von Krebspatienten und Gesunden konserviert. Bonny schnuppert an allen, um dann zielsicher zu einem zurückzukehren. Hier riecht es nach Krebs. Die Trefferquote liegt bei 90 Prozent. Die Hunde erkennen Lungenkrebs schon im Frühstadium. Auch Labrador Hector kann das. Insgesamt wurden für die Studie vier Hunde ausgebildet. Hinter dem Vorhang wartet Hector auf seinen Einsatz. Er soll nicht sehen, wie die Röhrchen gesteckt werden. Bisherige Methoden der Früherkennung von Lungenkrebs, wie z.B. Röntgen oder CT, sind zu ungenau. Mithilfe der Hundenase könnten 50 Prozent mehr Patienten geheilt werden, weil die Krankheit früher erkannt wird, schätzen die Ärzte. Hunde als Diagnoseermittler. Wie könnte das eines Tages in der Praxis aussehen? Das heißt, dass dann Atemproben eventuell an Kompetenzzentren anonym zugeschickt werden, dort untersucht werden und eventuell dann wieder dieser Befund einfach an die Ärzte wieder gegeben wird, um einfach den Patienten bestimmte andere Verfahren erst mal zu ersparen. Zurück zum Abenteuer Abseilen mit Hund. Für Max und Walter Huber wird es jetzt ernst. Wie wird sich Max verhalten? Ohne Rutsche, kann aber nichts passieren. Stopp, 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 stopp. So ist gut. So ist gut. Das kennst du, gell? Sorry. Max zuckt nicht mal mit der Wimper, als es abwärts geht. Er lässt sich von der Höhe nicht beeindrucken. Fast gemütlich, wie auf dem Sofa sieht das aus. Trotzdem lässt der Sicherheitsexperte das Pärchen nicht aus den Augen, bevor es wieder Boden unter den Füßen hat. Am Abend im Vereinsheim in Bühl geht das Training weiter. Hirntraining für die Hundeführer. Sie müssen nicht nur eine Sanitäterausbildung machen, sondern auch mit Karten umgehen können. Wenn ihr eine Karte kriegt mit ziemlich eng anliegenden Linien, roten Linien, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr ziemlich steiler Hang habt, je nachdem nach oben abzusuchen oder nach unten. Das ist auch wichtig, wenn ihr mal im Suchgebiet drin seid, kennt euch nicht aus. Das heißt dann Einsatzabbruch oder wo seid ihr, oder müsst ihr mal noch weitersuchen, dass ihr euch immer irgendwelche prägnanten Punkte merkt. Also ein breiter Weg oder ein Haus oder ein Gebäude oder ein Berg, wo ihr ganz klar sagt, bis hierher haben wir gesucht. Den Vermissten nicht zu finden, das hinterlässt immer ein ungutes Gefühl. Und manchmal kommt es noch schlimmer. Grenzübergang Weil am Rhein. Hier passieren täglich 30.000 Fahrzeuge und ca. 6.000 Lkw die Grenze. Mario Lottes auf der Suche nach Schmugglern. Bringen Sie irgendwelche Waren aus der Schweiz mit? Haben Sie was zu deklarieren? Das war der Zweck Ihrer Reise. Geschäftlich. Geschäftlich. Wir haben jetzt kein bestimmtes Raster, das jetzt der Mercedes SLK oder der uralte Kadett oder sonst irgendwas genommen wird. Ich halte einfach pauschal Fahrzeuge an und dann schaue ich mir die Leute an, wie sie reagieren, sind sie nervös, schauen sie mir in die Augen, dann guckt mal rein ins Fahrzeug und dann eventuell ergeben sich dann schon erste Anhaltspunkte, also Sachen finden, die jetzt nicht mit dem übereinstimmen, was die mir erzählt haben, das Gepäck, was nicht so passt, eventuell auch schon Manipulationen Manipulationen an irgendwelchen Hohlräumen, doppelte Rückbank, doppelte Böden, ausgebaute Airbags, solche Sachen. Erst wenn sich der Verdacht erhärtet, kommt Wotan der Geldspürhund zum Einsatz. Ganz konzentriert, abseits in einer Garage. An manchen Tagen passiert gar nichts, dann wieder drei, vier Mal. Platz, Platz. Auch für Mario Lottes ist die Suche spannend. Kann der Hund beweisen, dass ein Herrchen bei diesem Fahrzeug den richtigen Riecher hatte? Am Schaltsack hat der Hund gekratzt und dort wird der Zollbeamte auch fündig. An solchen Tagen ist Mario Lottes richtig stolz auf seinen vierbeinigen Kollegen. Mit Hund macht die Arbeit auf jeden Fall mehr Spaß, wie ohne. Weil ich sag mal, es ist halt doch eine intensive Teamarbeit. Er sucht mit der Nase, ich suche mit den Augen und es ergänzt sich halt super. Und dann, doch noch, ein aktueller Sucheinsatz der Rettungshundestaffel in der Nähe von Oberkirch. Ein junger Mann ist nach einer feuchtfröhlichen Feier spurlos verschwunden. Eine Stunde wird gesucht, dann die erlösende Nachricht. Der junge Mann hatte sich bei entfernten Bekannten aufgehalten. In der Einsatzzentrale wird Bilanz gezogen. Circa 80 Personen waren im Einsatz. Alles wird genau festgehalten, um nachher eventuell nachweisen zu können, dass nichts übersehen wurde. Dann haben wir auch das ganze Gebiet, was wir schon abgesucht haben, an der Karte noch mal dokumentiert, dass wir genau wissen, welche Gebiete von uns abgesucht worden sind, dass wir das auch lückenlos feststellen können. Soll der jetzt eher totgeborgen worden wäre, morgen früh, könnten wir die Sache ausschließen. Wollen wir schon warten. Seltsamerweise ist keiner sauer, unnötig den Feierabend geopfert zu haben. Lieber einmal umso den Nailer. Was sie mit ihren Nasen leisten können, bringt uns zum Staunen. Und hopp, jawohl. Und geh voran. Max, ein Golden Retriever, soll unter Trümmern einen Verschütteten finden. Training für den Ernstfall. Neun Jahre lang arbeiten Max und Walter Huber schon zusammen. Ein eingespieltes Team. Geh weiter. Jawohl. Max zeigt an, muss also so lange bellen, bis auch sein Herrchen vor Ort ist. Ja, hallo. Ja, hast du was gefunden? Ja, super. Und Sabrina, alles klar? Alles prima. Ein- bis zweimal im Monat ist Ernstfall. Das Größte ist halt, die vermisste Person, die man sucht, zu finden. Wenn sie dann der eigene Hund noch findet, das ist natürlich das Allergrößte. Das ist das Highlight von jedem Rettungshundeführer. Es gibt Motivation natürlich für die nächsten Monate. Weil man muss einfach rechnen, auf 100 Einsätze hätte man vielleicht einmal, dass man findet. Aber die Motivation durch einen Fund, die ist schon sehr hoch. Die treibt einem schon voran. Die Rettungshundestaffel Bühl ist die älteste Hundestaffel des Roten Kreuzes in Deutschland. 16 aktive und ganz unterschiedliche Hunderassen. Zweimal in der Woche treffen sie sich in einem ehemaligen Militär-Munitionslager. Sie arbeiten alle ehrenamtlich. Sie wollen helfen. Zusammen mit dem besten Kameraden, den sie haben. Ihrem Hund. Sabrina spielt heute das Opfer. Mit Isomatte, falls sie sehr lange auf ihren Retter warten muss. Mit Babypuder wird der Wind geprüft, der dem Hund den Geruch der versteckten Person zutragen soll. Okay, also Wind kommt jetzt leicht von rechts. Rechts vorne. Ich werde ihn jetzt zum ersten Mal hier vorschicken, damit ich die rechte Ecke abgesucht habe, dass er das abdeckt. Und dann hier links runter die grünge Linie. Im Ernstfall müssen die Hunde meist nach verwirrten oder lebensmüden Personen suchen. Manchmal auch nach Opfern von Gewalttaten. Emil ist schnell ganz nah am Opfer. Fast zu nah. Gut, wichtig ist halt, dass der Hund bei der Anzeige die Person nicht bedrängt. Weil da liegen ja nicht immer Personen von uns, die sich mit Hunden auskennen, sondern die Leute, die mir suchen, die haben Angst. Es ist nacht, ja. Es ist ein älterer Mensch, je nachdem. Und da kann man nicht davon ausgehen, dass die alle Hunde mögen. Die haben einfach Angst, wenn so ein großes Tier kommt. Und da muss der Hund sich so gesiedet wie möglich verhalten. Das heißt, er sitzt oder er liegt und bedrängt die Person nicht. Weil die wäre ja erzogen mit Futter oder mit Spiel. Da kommt schon erstmal so ein bisschen ein Stupfer oder sowas. Und das muss man halt im Laufe der Zeit abgewöhnen. Adrenalin, Schweiß und Waschmittel. Danach wittern die Hunde. Diese Gerüche haben alle Menschen an sich. Es gibt aber auch den Individualgeruch. Geh weiter. Die bestimmten Menschen, wer von Man-Trailer gesucht, das ist der Individualgeruch eines jeden Menschen. Und das wird also aufgenommen durch getragene Kleidung von dem Opfer. Aber das muss also sehr reiner Duft sein. Unsere Hundesuche, allgemein Mensch. Aber es ist ja so, dass im Suchgebiet nachts um zwölf nicht unbedingt tausend Spaziergänger oder Pilzesammler unterwegs sind. Wobei wir es auch schon gehabt haben, dass mein Hund hat angezeigt, vor einem Wanderer, der hat gerade gefestet. Und der hat er denkt, zeig dir mal an. Er hat alles richtig gemacht, hat auch seine Belohnung bekommen. Und dann ist für ihn klar, okay, die Suche ist beendet. Jetzt arbeiten wir weiter. Jeder Hund sucht anders. Der eine hastig, der andere bedächtig. Wichtig ist, dass sein Hundeführer versteht, was er ihm mitteilen will. Ein anderer Trainingsort und ein ganz anderer Typ Hund. Hausdurchsuchung in Lörrach. Wotan ist kaum zu halten. Der junge Schäferhund hat gerade erst seine Prüfung als Zollhund bestanden. Sein Haupteinsatzort, die Grenze zur Schweiz. Er ist einer von nur zwei Spürhunden in Baden-Württemberg, die Bargeld erschnüffeln können. Geld stinkt nicht, heißt es. Aber Wotan kann es riechen. Geld zum Angriff. Also, ich habe keinen Einzelnen in Baden-Württemberg. Vielleicht, die vor Ort. Sohn die Flügel. Und dann, wenn ich die Flügel klar war. Sohn die Flügel.